Hallo zusammen. Mein heutiges Video nennt sich Oberkante Unterlippe. Wir haben jetzt genau 3 Uhr durch. Meine Geburtstagsfeier war natürlich ein Wahnsinnserfolg. Alles was Rang und Namen hatte war natürlich zugegen. Die Party war so am 2 Uhr, glaube ich, fertig. Dann habe ich hier die ganze Bude mal aufgeräumt, habe mein Bett frisch bezogen, hier die Gardinen abgehängt, da Gardinen abgehängt, mir einen runter geholt, bin duschen gegangen, habe den dicken Leutnant hier mal ein bisschen sauber gemacht. Jetzt raue ich mir noch eine. Ich lege mich dann in die Kiste. Ich möchte natürlich auch auf diesen Weg allen Leuten danken, die heute an mich gedacht haben, in Facebook, in Darklight und was weiß ich nicht wo noch alles, würde ich mal sagen, in diesem Sinne, gell, das nächste Kinovideo kommt ganz gewiss nächste Woche. Ich frage mich nur noch nicht so genau, weiß ich nicht so genau, weil ich gucke, aber ich gucke mal, gell, also gucke. Gucke, gucke, gute Nacht, gucke, gucke. Jetzt klicke ich hier mal Aufnahme beenden. Also in diesem Sinne, nach dem Geburtstag ist für euch wie immer vor dem Geburtstag oder vor dem Bett ist nach dem Bett. Tschö mit Ö.